Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 11.07.2024 und unser DAX hat sich wieder gut aufgebäumt bekommen. Wurden die Zügel mal straff angezogen und zack, funktioniert das wieder. Im Tagesschart haben wir jetzt eine Vortageskerze komplett ausgekontert, also einmal sogar fast umschlossen, womit natürlich die Verkaufsdynamik, der Abwärtsdruck hier erstmal komplett egalisiert ist. So ungefähr hatten wir es gestern auch gesagt, wenn er sich eben jetzt durchdrückt, weil das so ein schönes Cluster ist und hier von Beginn an gleich nach oben drückt, dass er dann 3.35 und auch die 4.20 erinnern kann und das damit vergessen macht. Wir haben auch besprochen, dass das dann die Aufwärtswelle wäre, dass dann die Korrektur davon, wenn er dann hier nochmal so einen Aufwärtsstrang probieren könnte. Das ist auch noch weiterhin möglich, aber wir sollten trotzdem auch über die Alternativen sprechen. Wir sprechen vielleicht das erstmal durch. Wir haben es aber gestern ja schon vorweggenommen. Er würde die Welle dann jetzt hier nach oben projizieren. Das heißt, er würde hier durchaus in die 7.60, 800 reinlaufen können, bestimmt sogar noch einen Tacken höher. Müsste man mal anlegen, wo das Kästchen liegt. Das wäre jetzt die Chance, wenn er weiter dranbleibt und er durchzieht, ähnlich wie er das hier gemacht hat. Das heißt, er könnte jetzt hier auch einen Aufwärtscap zum Beispiel bringen und das offen stehen lassen. Dann sollte man ein bisschen vorbereitet sein oder auch wissen, wohin das führen kann. Das habe ich gestern auch nochmal erklärt. Die meisten wissen das ja, aber manche wissen es nicht. Was wir machen, ist einfach nur eine Vorbereitung, dass wir anhand der Bewegungsverhalten, die wir dann am morgigen Tag sehen, ein bisschen einordnen können. Wohin kann das noch gehen? Wie weit kann denn das laufen? Wo sollte ich vielleicht ein bisschen in Deckung gehen? Wo sollte ich was mitnehmen? Und so weiter und so fort. Es geht nicht darum, zu sagen, wo morgen der Kurs hingeht. Das heißt nicht, also das heißt im konkreten Fall wirklich nicht, dass ich sage, der Markt muss morgen auf die 8.30 steigen. Aber es wäre halt ein übliches Szenario. Und wenn er sich darin bewegt, ist das das Potenzial, was das Szenario hat. Das heißt, wir können bis 8.30 die Bewegungswelle hier ausfahren. Die nächste Station kommt jetzt hier an der oberen Channelkante nochmal. Die liegt 5.10, 5.30. Das ist damit wichtiger Support. Dann die 600 an den letzten Tiefs. Da müsste jetzt auch eine fallende Trendlinie etwa verlaufen. Also die 600 wichtig. 5.10 bis 5.30. alles kleine Marken, wo er kurz eindrehen könnte auch. Und ja, ansonsten 600 geht er dann drüber. Reden wir dann wieder über die Abwärtstrendkante bei 700. Die ist ja nach wie vor auch aufs Tagesebene recht wichtig. Können wir vielleicht auch nochmal gleich reingucken. Und dann eben schon ein erster Stich drüber in die 8.30. Ja, also das ist die Abwärtstrendkante vom letzten Allzeithoch aus Mitte Mai. Das wäre dann eben, die ist eben auch immens. Aber ich hatte schon gesagt, dass ich fast davon ausgehe, dass er die dann vielleicht beim nächsten Mal auch schon direkt durchläuft, weil er da jetzt oft genug davor gescheut ist. So, das ist das positive Szenario. Damit sollten wir uns aber nicht zufrieden geben und nur das betrachten. Denn die letzten Wochen haben wir uns oft genug gezeigt, dass sich der DAX das ganz schnell auch anders überlegt. Hoch zu wie runter zu. Sehr inkonsequent gewesen bei allen Formationen, die wir hatten. Können wir eigentlich die letzten Wochen nichts richtig anführen und sagen, das hat er zu 100% perfekt genau aufgelöst. Er hat immer auch angefangen, sich ein bisschen abzuweichen oder wegzudrehen. Und deswegen würde ich folgendes durchsprechen wollen, wenn wir nämlich hier einen tollen Knick in die Optik kriegen. Ich würde denken, der kommt dann im Bereich um 5, 10 bis 5, 30. Ich glaube, das wäre jetzt nochmal so die beiden wichtigen Zonen, die sind ja überlaufen worden. Das ist hier so 4, 20, 4, 60. Das ist die 3, 35, 3, 60. Das sind die beiden Bereiche, die würden überlaufen. Der nächste Punkt, und das macht er, macht er oft, wenn er welche überläuft. Der nächste Punkt wäre dann eben bei 5, 10, 5, 30. Und könnte dann so aussehen, wir kriegen tatsächlich ein Aufwärtsgap. Alle denken, oh, jetzt rennt er los. Wobei ich vorsichtig jetzt aufpassen muss, was ich sage. Ich will euch jetzt nicht den falschen Floh ins Ohr setzen, weil ich schon der Meinung bin, mit dem Aufwärtsgap sollte man, wenn ein Aufwärtsgap kommt und es bleibt offen, würde ich persönlich in jedem Falle mich long orientieren, solange wie das Gap offen bleibt. Jetzt nicht den folgenden Satz jetzt falsch verstehen. So was wird ja auch gerne mal gemacht, dass man mir so ein bisschen die Worte aus dem Mund klaut. Wenn er aber hier oben in den Bereich eintritt und sich wirklich von dort sehr schwach zeigt, dann würde ich erst nachdem das Gap auch geschlossen wird und der sich dann hier eintrudeln und tiefere Tiefs und tiefer Hochspeedet, würde ich dann eher nach unten reinhandeln, wieder in eine 300, 335 rein, wenn er hier oben scheitert. Ja, an dieser Channel-Kante, an dieser bärischen Flagge. Ja, wenn er in dem Bereich 5, 10, 5, 30 wirklich so hart umschlägt, dass er das Gap zumacht, dann ein tieferes hochstellt, dann wieder ein tieferes Tief. Ja, also Schwäche zeigt. Schwäche zeigt nach Aufwärtsgap. Würde ich ihn noch mal runtersehen in die 3, 30, 3, 35, äh, 300, 3, 3, 35, das wäre unten jetzt die schöne Anlaufzone und das würde wahrscheinlich zum Mittwoch sogar schon reichen. Ja, wäre gute Anlaufzone, könnte er sich von dort erstmal nach stabilisieren, kleine Gegenbewegungen und dann nochmal, äh, nochmal nach unten ansetzen und die Welle nach unten ziehen. Das wäre auch passend. Das wäre, sag ich mal, ein negatives Szenario, was er ausspielen könnte und man würde es wirklich daran erkennen, dass er eine Bullenfalle setzt, ja, also das Aufwärtsgap, wäre ein politisches Signal und würde eine Riesenbeschleunigung einleiten. Ich würde es auch, wie gesagt, ich würde es selber so handeln, also würde wirklich, natürlich eng abgesichtet, aber ich würde wirklich, wenn der hier Aufwärtsgap macht, dann lässt er es offen und er drückt sich schön raus. Ich würde eher versuchen, auf der Longseite die Punkte mitzunehmen, weil wir auch mehr Platz haben, ja, also er könnte die Bewegungswerte wirklich bis 800, 760, 700 ausfahren, alles schöne Marken, ähm, aber wenn das Gap eben zertreten wird und das wird man ja gleich sehen, das wird man schon 8.30 Uhr wahrscheinlich sehen, ja, also wenn er Aufwärtsgap macht und er tritt das runter und macht dann auch nach dem Zeta da keine Anstalten, das Zeta schaut keine Anstalten nach oben zu kommen, dann, äh, dann wäre das für mich wieder schwächer und dann wieder rein in die 300, 335, ja, dann ist das so. Und dann, auch wenn wir das gestern erzählt haben, mit da hoch und schön, muss es ja nicht bedienen, ja. Was wir machen, ist Szenarien angucken, Wahrscheinlichkeiten bestimmen und dann einfach gucken, bewegt sich der Markt darin, solange er sich darin bewegt, handeln wir das so, wie es erwartet wird und sobald er aber rausspringt aus der Erwartung gucken wir, okay, was bietet sich vielleicht an und das wäre dann in dem Falle das Szenario, dass er dann wegdreht zur 335, würde ich aber auch erst dann antraden wollen, ja. Gut, ich hoffe, ich habe mich klar und deutlich ausgedrückt, aber ich habe mir zumindest Mühe gegeben, also, mehr kann ich auch nicht sagen, deswegen sage ich hier, viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss.